Na dann, mein Schatz. Gute Nacht. Daddy! Carly! Wo ist das Kokain? Bitte hört mir zu, okay? Ihr seid im falschen Haus! Nein, 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 nein. Ich bin hier ganz richtig. Tut das bitte nicht. Bitte. Tut mir leid, Mann. Das müssen Sie sich ansehen. Die Nachbarschaft steht unter Schock, nachdem Martin Parker selbst Justiz ausübte und wie es aussieht. Wo ist er? Ich bin überall in den Nachrichten. Wo zur Hölle bist du? Ich bin in ein verdammtes Bett gefesselt. Du musst mich hier rausholen. Wir haben da ein Problem. Tom ist aus dem Polizeigewahrsam geflohen. Die haben keine Ahnung, wo er ist. Und Carly? Wurde an einen sicheren Ort gebracht. Hab bitte keine Angst. Mein Name ist Charles. Mr. Bishop. Hier ist Charles Goof. Martin Parker. Sein echter Name ist Thomas McKenzie. Er ist ehemaliger Bundesagent. Zeitrahmen. Sofort. Das Doppelte der üblichen Summe. Ich brauche Informationen über ein Mädchen, das hergebracht wurde. Wer ist der Kerl? Bishop. Seine Akte liest sich wie die eine Ein-Mann-Armee. Thomas, du weißt nicht, wer ich bin. Alles gut. Lass uns abhauen. Aber du weißt, warum ich hier bin. Nun, Mr. Cooper zahlt mir eine schöne Summe. Dafür, dass ich dich ihm zurückbringe und zwar liegend. Waffen ins Schlafzimmer. Hallo, Thomas. Nachdem ich dich umgebracht habe, rate mal, wen ich dann als nächstes aufsuche. Ich bin unterwegs, Süße. Daddy! Daddy! Was ist mit deinem Gesicht passiert? Gar nichts, Kleine.